Sind Sie einsam? Sitzen Sie zu Hause? Wissen Sie nichts mit Ihrer Zeit anzufangen? Ist das letzte Mal, dass Sie richtig hart verstört waren schon Monate her und Sie denken, es wird mal wieder Zeit? Möchten Sie sich geliebt, geknuddelt und ein bisschen bedroht fühlen? Haben Sie das dringende Bedürfnis, wie einen kranken Stalker an Ihrem Fenster einen Killer mit einer Axt zu haben, der irgendwie einen Crush auf Sie hat? Dann spielen Sie jetzt Hooked on You a Dead by Daylight Dating Simulator. Es könnte Ihr neues Lieblingsspiel werden, denn ein hoffentlich geknallter Killer fangen an mit Ihnen zu flirten. Der eine ein Arschloch, der andere verweiglich, die nächste ein bisschen überproportioniert, ein bisschen dusselig und die nächste introvertiert und sie hat nicht so Bock auf Menschen. Und zwei Survivor, die Ihnen eine Kante ans Bein klatschen, plus ein Erzähler, der Sie umbringen kann, wenn Sie nicht aufpassen. Ihr neues Spiel, Dead by Daylight Dating Sim. Und genießen Sie es. Der Trickster kommt auch vor.